Kennen Sie das Berliner Gedeck? Was halten Sie von meinem Programm? Super, oder? Eine Aktiengesellschaft bedeutet auch, dass alle beteiligt sind. Läuft das auch auf Apple? Was? Ihr Programm? Ja natürlich, das wird auch Apple-tauglich sein. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir in der Zeit liegen. Muss man kurz fragen. Ist Peter noch unten neben dem Mann, oder müssen wir schon Schluss machen? Nius, du kannst als Ministerium für Apple Angelegenheiten... Ah ja, genau. Wir trinken jetzt mal kurz das Berliner Gedeck. Das ist ein Champagner und ein Wodka, beides auf Ex. Und in der Zwischenzeit schauen wir uns an, wie ich Peter Rütten... Wird es in Berlin nicht versenkt, so Wodka? Ich sag's Ihnen kurz. Ich zeige uns währenddessen an, ich zeige Peter Rütten, der ja aus Köln stammt, aus Hürten, Rheinländer ist widerwillig, also ihm, er ist widerwillig. Ich zeige ihm Berlin. Peter, komm doch kurz her. Hat dir gefallen noch mal dazu durch Berlin, oder? Das finde ich so zünftig. Stehen wir hier an der Straße? Nicht so eine Sushi-Scheiße, weißt du? Oder irgendein gedünsteter Fisch. Sowas kriegst du ja auch gar nicht. So eine Currywurst, glaube ich. Nee. Lass uns Currywurst auf Brüderschaft essen. Wie machen wir das? Das ist der Fernsehturm, ne? Ja. Das ist so eine schöne Zeit mit dir. Paris-Bar? Boah. Das ist wirklich irre, was für ein Cosmopolito gebaut wird. Das hat die Stadt aus mir gemacht. Ich will hier keine fünf Minuten weg. Das ist meine City, das ist meine Town. Das ist mein Turf, das ist mein Kiez. Und jetzt haben wir es. Berlin, das ist doch New York, oder? Da stinkt auch New York ab gegen. New York, die Glitsche. New York. Ich bin Berliner. Ich bin ein Berliner. Oh, jetzt schönen Döner. Nee, lass doch mal jetzt den Döner. Lass mal jetzt mal. Boah, ich habe überhaupt so Pappe. Pappe satt. Ich hole den schon mal. Mach dir keine Sorgen. Ich bin gleich wieder da, ja? Ja. Mit allem? Schöner Knoblauch? Mach wie du denkst, ne? Geil, oder? Komm, echt, mach wie es so, dass du hier bist. Schönen Döner. Du bist ein Hund, ja. Also, ich bin sehr gern hier. Hast du noch mal Kohle? Ja, klar. Ich meine, ich habe die letzten Male ja auch bezahlt. Kein Thema. Das ist kein Thema. Was meinst du, was das kostet so? 50 Euro. Ich habe jetzt noch... 2 Döner. Äh, 30 ist okay. Ich haue ab. Ich kann mir vorstellen, er hat sich die 50 Euro begreift und ist weg. Ist das eine Scheiße? Da kommt er auch schon. Jetzt genießen wir den Döner, oder? Das lassen wir uns schmecken. Kakao? Kakao und Döner. Das ist ein Klassiker. Ne, muss ich echt kotzen. Ich mache jeden Spaß mit, aber... Gehen wir ab. Ist das geil? Gehen wir ab. Ist das Berlin? Ja. Das ist Berlin jetzt hier. Ja. Ne, danke. Na komm. Komm mal. So süß. Danke. Na, ich habe gerade was zu sehen. Hast du ihn sehen? Na, ich muss noch mal beißen. Wenn du hier mal ranfährst. Ja. Alles okay, Peter? Ich komme! Ah, es hat eben geschmeckt. Das merkt man. War nur Kreislauf. Ich komme. Ja. Ja, das sind doch die vielen neuen Eintritte. Ja, nee, Berlin ist aufregend. Das ist völlig normal, dass man da auch mal... Aber super, dass du Platz geschaffen hast. Denn die Currywurst, die wir vorhin hatten... Was war Berlins zweitbeste Currywurst? Das ist die beste Zeit meines Lebens, glaube ich. Ach komm. So, ich wieder oder holst du mal eben? Ähm... Ich hole schon. Ich kann die Scheiße nicht mehr fressen. Ich kann unmöglich noch eine Currywurst essen. Nimm mal einen großen Schluck. Vorweg musst du einen großen Schluck nehmen. Na komm. Na komm. Komm, die teilen wir uns, ne? Nee, nee. Du, ich bin doch satt vom Döner. Bist du direkt? Ja, ja. Was ist denn? Den Bund voll. Ah, da ist der... Ist da der Fernsehturm jetzt? Ja. Oh nee, das könnte nie aufhören, ja. Jetzt auch nicht. So, jetzt hast du den zweitbesten Döner gegessen, die zweitbeste Currywurst und die beste Currywurst. Was kommt jetzt? Ich würde gerne nach Hause. Jetzt kommt der beste Döner der Stadt. Der allerbeste. Oder für so dicke Freunde werden. Das war mir nicht klar. Kannst du gerade mal hier irgendwo... Ich muss nach Hause. Mir geht's nicht gut. Was ist los? Kannst du mich jetzt bitte nach Hause fahren? Kannst du mich jetzt bitte nach Hause fahren? Ja komm, dann nimm dir ein Taxi. Ich kann das nicht mehr essen. Das kannst du morgen noch essen. Mach's gut, ne? Das war richtig schön mit dir. Hat dir ein bisschen gefallen. Mir hat's richtig Spaß gemacht. Nils, danke. Ach, Peter, kein Problem. Mach ich herzlich gerne. Peter, Herr Kampiner. Herr Kampiner, so wie Peter, die letzte Frau, so läuft es nicht. Lass uns jetzt die Zeit weg. Sie haben gemerkt, er fremdelt noch ein bisschen mit der Stadt. Helfen Sie mir, in Berlin schmackhaft zu machen? Wo kommen Sie hier? Aus Mönchengladbach. Achso, ja. Ach stimmt, ja. Helfen Sie mir dabei. Die Zeit ist vorbei. Wir müssen... Sie müssen mir nur dieses Versprechen. Das muss ich Ihnen abnehmen. Ja, mach ich. Helfen Sie mir. Jetzt trinken wir noch das Berliner Gedeck. Alles auf Ex. Das ist ganz wichtig. Erst den Wodka, dann den Champagner. So. Augen gucken. Das war die erste Sendung. Vielen Dank. 45 mühsam zusammengeschmerte Minuten. Kleckern hier am Ende entgegen auf maxtome.de. Können Sie die Sendung nochmal sehen. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Tony and the Motherfuckers. clap. Herz. Ja, ja. 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 Ja.